Und ihr habt jetzt wirklich einen Ingame-Sound drauf? Ich höre ja ja nicht. Ihr hört alles. Die Schmerzgeräusche, die Klackergeräusche, was zum Spiel so dazugehört. Und wenn nicht, machen wir jetzt hier alle weiter. Stumm Netzplay. Nur mein Gerede. Das laute Aufgehen vom Gitteres des Düfts. So, jetzt verpiss dich in die Küche. Koch. Ja, du riechst Menschenfleisch, ich weiß. Da drückst du den Knopf. Irgendwie müssen wir den Knopf auch drücken. Da brauchen wir was zum Werfen. Gut. Die Tür wahrscheinlich... Oh, die ist offen. Okay. Vielleicht sollten wir uns mal verstecken. Werden wir wieder gefangen. Ich muss mich erst mal unter dem Tisch verstecken. Das ist die klügste Idee. Okay. So. Hier mal schön ducken. Aber brauchen wir gar nicht ducken. So. Wie kommen wir jetzt hier am dümmsten rüber? Vielleicht ohne, dass er uns riecht. Hinter ihm lang. Okay. Er riecht uns. Dann kriegt er uns auch. Okay. Jetzt steht er gerade da. Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt geh lang. Zieh mal hoch. Da komm. Lass dich nicht kriegen. Die drüben kriegt er uns wahrscheinlich. Okay. Was machen wir hier? Okay. Da hoch. Ich kümmer uns an die Haken festhängen. Aber wo hat er die Schlüsse? Der hat da wahrscheinlich mitten auf dem Tisch liegen. Oder wie sieht das aus? Okay. Hier können wir nicht hoch. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder durchs... Das Fleisch durch. Den Abguss. Schnauf drücken. Vielleicht. Das ist noch ein Riesenwärm. Vielleicht. Wenn wir den Schlüsse klauen. Genau. Jetzt aber schnell. Er kommt. Kommt er? Er kommt bestimmt jetzt. Schlüsse. Ja. Und runter mit das Tier. Schnell weg. 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 So nah. So nah. Wir hatten es doch schon fast. Und die Tür die wir aufschließen müssen. Die wissen wir. Die ist weiter unten. Und dann geht es dort weiter. So hier. Taktik. Hier machen wir unten durch. Hinterm Schrank durch. Da wird er sich wieder an den Weg stellen. Ganz genau. Hier bleiben wir mal zurück. Und jetzt. Jetzt müssen wir den nur ablenken. Damit uns hier nicht. Die Schlüsse bewacht. So mach mal Lärm. Und weg. Und weg. Und jetzt hier. Im ersten Versuch muss das klappen. Hopps. Und hopps. Hopps. Im ersten Versuch. So viel dazu. Und jetzt mach. Der riecht doch. Dass wir den Schlüssel haben. Wir machen ein bisschen schneller. Ach komm. Als ob du jetzt hier an der Tür festhängst. Puh. Und runter. Ich hoffe der kommt jetzt hier nicht geflogen. Oder was. Dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit haben. Ein paar Sekündchen. Dass er mit dem Fahrstuhl kommt. Na komm hier. Na komm. Na komm jetzt. Action. Und drehen. Und durch die Tür durch. Den du auf die aufstoßen kannst. Du bist. Safe point. Give me a safe point. Er hat uns. Er hat uns. Er hat uns. Er hat uns. Nein. Nein. Nicht. Nicht das ganze nochmal. Oder? Wir hatten den Schlüssel schon. Lass uns bitte. Safe point. Kacktrick. Ach. Spiel ist auch fies. Sag uns. Dass die Tür schon auf ist. Wir müssen das jetzt nicht nochmal machen. Oder? Sag ich die Tür schon aufgeschlossen. Oder? Nicht dein Ernst. Die Tür ist natürlich noch nicht aufgeschlossen. Das Spiel das ist. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair vom Spiel. Irgendwie schon. Jetzt greif mich halt nochmal. Ich opfer mich. Wtf. So. Na dann halt nochmal. Hier drunter durch. Ich weiß ja gar nicht wie ich da weitermachen soll. Wo soll ich mich da verstecken in dem Raum? Soll ich dich hochklettern auf die. Auf die nächste Sache. Der kommt ja mir sofort nachgejagt. Ja. Und sonst so. Wie geht es dir Simpli? Was bei dir nun ist heute? Was läuft in deiner Welt? In der Simpli Welt? Ich habe ja schon die Zeit verschwindet. Nein. Und ups. Und. Na komm. Jetzt mal. Hier wird gesprintet. Na komm. Jetzt renn bloß nicht gegen den Rahmen. Und. Ein bisschen vor. Na komm. Okay. Der kommt direkt hinterher. Der gibt uns keine Zeit. Ja. Jetzt hier mal. Jetzt mal zackig hier. Und durch. 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 Lass es doch liegen. Tür schließen oder was? Hier hoch. Na komm. Da hoch. Wo hier. Eine Klappe. Hm. Ich sehe es nicht. Vielleicht müssen wir da oben stehen bleiben. Was müsste das Scheiß denn nochmal machen? Puh. Ja. Tut mir nett. Das wollte nicht vorankommen. Haha. Ich habe auch im letzten Part aufgehört. Im letzten Stream. Es ist jetzt hier. Ich komme jetzt hier heute ein bisschen wenig voran. Mal hier gleich schon die halbe Stunde rum. Nein. 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 Knopf drücken und schnell wieder raus. Und jetzt mal Aktion. Und jetzt mal durch und durch. So, hier mal. Keine Zeit verschwinden. Hops. Und hier vor und hops und Schlüssel greifen und runter. Und da rennt sie und da rennt sie und da rennt sie und da rennt sie und da rennt sie. Um die Ecke rum und jetzt mal geradeaus jetzt hier den Schlüssel fallen lassen. Das gibt's doch nicht. Ein kleines Lichtlein anzünden. Für das tote Mädchen. Ja, komm. Das war jetzt ein Phänomenaler. Gott, tot. Machen wir es nochmal. Wir wollen ja heute nicht mehr weiterkommen, weil wir jetzt hier beschäftigen uns jetzt hier erstmal mit dem Rätsel hier. Vorankommen ist jetzt erstmal nicht gefragt. Bei dem nächsten Raum wäre dann wahrscheinlich erstmal die, ich fühlte die Taktik neben der erstmal ganz still und stumm dort auf dem, auf dem Wäschwerk dort umzustehen. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Zumindest war das beim Hausmeister so, dass der uns nicht gesehen hat, wenn wir still gestanden haben. Ich weiß nicht, wie das bei dem was ist, aber... Ja. Und durch hier. So, ich muss hier mal eine Fleischwolf anbrechen. Bah, lecker. Lecker Fleischwürde geschreddert. Ops. Hier mal. Und. Oh, tada. Und jetzt mal. Ein bisschen die Sprint-Taste betätigen. Und bloß nicht den Schlüssel fern lassen. Na komm, kleiner Six. Oh, Gott. Jetzt aber mal. Höchst Eiszeit. Und jetzt durch, 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 durch. Durch, durch die Tür gleich wieder öffnen. Zumachen. Das ist vielleicht die beste Lösung. Ich wollte mich hier hochstellen. Ich wollte mich da hochstellen. Ich wollte mich da hochstellen. Still. Ne, der greift uns. Der sieht uns. Vielleicht können wir durch die nächste Tür gleich durch. Hab ich noch nicht probiert. Find ich aber auch lästig hier. Das war hier durch dieser. Sorry, ich hab grad das Mikro angehauen. Nicht zu weit. Der kriegt uns hier schon wieder. Na, 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 na. Er hängt im Dusch. Er hängt im Dusch. Er kriegt uns nicht. Spiele der Back. Spiele der Back. Er kriegt uns nicht. Aber ich komm auch nicht mehr raus. Hier. Komm ich hier noch raus? Na, komm, na, komm. Komm hier raus. Komm hier noch zurück. Wir hängen jetzt auch hier fest. So, hier hat ein kleinen Back-Antifekt. So nicht gewollt, dass wir hier drunter sind und der uns gleichzeitig kriegt. Zum letzten Rückstall. Na, na, na. Bitte nicht. Okay, hier. Dann von hier aus wieder. Exklusiv Back bei Zwangfürst. Im Live-Let's Play. Hat jemand mal ein Screenshot gemacht? Gleich mal den Entwicklern schicken. Die suchen ja mal Bugs. Die suchen ja mal Bugs. Kann man gleich mal. Bei Harvest Neuerung haben wir ja auch schon einen Bug gefixt. Mit meinem Live-Let's Play. Da gab's ja das. Den Bug, dass ich da. Mir ein Save-Game holen musste. Weil das. Da ging das Spiel ja nicht weiter. Da kamen wir bei dem. Wo war das hier? Im Wilden Westen. Bei dem Gold-Kleber nicht weiter. Gold-Kleber. Und dann. Okay. Wir haben Stream. Habe ich dann per Mail gemeldet. Und dann. Ich konnte dann relativ schnell mit einem. Save-Game weiterkommen. Hallo, Herr ebenfalls Streamer. Aha. Modi. Und der andere Podcaster. Der andere Pod. Ja, hi Modi. Was läuft bei dir so? Deine PC ist angekommen. Hast du schon erzählt? Komm hier irgendwie durch? Komm hier durch. An die Klinke ran oder? Was machen wir hier? Ja, eine kleine Verstaufbrose gibt er uns. Aber was machen wir hier? Durch die Tür komme ich nicht durch. Ich muss in die Schublade rein oder was. Okay. Musik